Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Und gestern alles verklinkert, ordentlich, vorschriftsmäßig. Habe ich eigentlich die Leiter verkauft? Ne, habe ich nicht. Moment. Die brauchen wir nicht mehr. Welch damit? So, zack. Der hat Haus von außen jetzt also schickt. Tür noch nicht drin, egal. Jetzt müssen wir uns eigentlich noch um einen passenden Boden kümmern und um eine passende Schlafzimmer-Garnitur. Wobei mich das hier echt... Es nervt mich abhängen. Weil das hängt alles so ein bisschen im Weg. Egal. So, ähm, kümmern wir uns zuerst um den Boden... Ja, Boden. Ähm, Bodenfliesen... Laminat. So, ähm... Ich würde fast sagen... Kurz gucken. Das wird, glaube ich, zu hell, oder? Das könnte zu hell werden. Hm. Wobei, auf der anderen Seite... Thema Black and White. Da müsste eigentlich auch ein heller Boden sein. Und dann weiße... Ich muss mal gucken, wenn ich da weiße Möbel drauf stelle. So, das Bad bleibt so. Klar, logisch. Hier mache ich jetzt auch erst mal durch. Aber hier kommen noch Fliesen. So. Okay. Das ist schon ein bisschen hell. Ähm, Tür-Technisch... Türen würde ich tatsächlich... Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Ähm... Türen würde ich weiße Türen nehmen. Nehme ich einmal die hier. Für die Außentür. Kann man die eigentlich auch hier hinsetzen? Ja. Einmal die Außen und die hier innen. Mal ganz kurz gucken. Die hier, das ist die Schlafzimmer. Die sollte... Ne, genau andersrum aufgehen. Die hier ist so richtig. Wieso wird denn jetzt hier eine Doppeltür? Ne, habe ich gar nicht. Falsch angezeigt. Okay. Ähm... Die hier muss auch nach innen. Genau. Dann brauchen wir hier noch eine. Die geht so rum. Kann ich die... Ne, die kann ich nur... Oder? Ja. So. Perfekt. Und bei unserer großen Lücke hier... Wo haben wir denn hier? Da. Holzweiß. Holzgrau. Ne, Holzweiß. Und da kaufen wir eine. So. Genau. Da passt das perfekt. Und dann haben wir das hier auch soweit. Okay. Massen wir mal gucken. Badezimmer. Badezimmer. Wandfliesen. Erstmal. Zack. Ja, man könnte mit dem, was hier dran ist, arbeiten. Oder man nimmt die hier. So schwarz-weiß Fliesen. Oder die. Wir nehmen die. Ja, wir nehmen die. Achso, ich muss ja dann wieder... Das dürfte passen. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Das Badezimmer ist auch das, was ich gleich zuerst fertig mache. Also sprich hier... Badewannenanschluss, Duschanschluss. Ich muss mal gucken, ob das alles passt. Weil wir hier doch... Also hier können wir auf der Seite können wir auf jeden Fall Waschbecken und sowas stellen. Dafür bietet sich die Seite hier einfach an. Also die hier. Und dann irgendwie noch ein Handtuch trockener, eine Toilette. Ah, das passt. Ich freue mich schon, wenn wir das große Haus anfangen können. Na, also das ganz große, das mit zwei Etagen, wo wir richtig viele Zimmer haben. Wo wir mal wirklich Hobbyzimmer, wo wir all unsere... Ja. Designtechnischen Künstwerke reinmachen können. Was ja jetzt hier die Arbeit angeht. Wieso ist hier eigentlich jetzt das Fenster nicht weiß gestrichen? Achso, weil ich da fließen wollte. Ja, genau. Siehst du, da muss ich schon überlegen, warum ich etwas nicht gemacht habe. So weit ist er schon. Zack. So. Ich denke mal, das passt aber zum Baden. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht so... Vielleicht diese dunkleren schwarzen Fliesen, die ich gerade überlegt habe für die Wand. Die mit den dunkleren Kacheln. Dass wir die vielleicht auf den Boden machen. Ne, das... Ich meine... Sind wir mal ehrlich, ne? Wir können das Haus dann auch eigentlich torter verkaufen. Es ist immerhin ein Design... Äh... Ein Designhaus, ne? Also... Das ist ein Thema. Das ist hier... Ordentlich. Bei dem Kieferbodenbelag bin ich mir aber noch nicht sicher. Also in der Küche werden wir definitiv keinen Kiefer machen. Da muss ich mal gucken, was ich da als Bodenbelag nehme. Und dann eine schöne, weiße, große Küche rein. Eine Wohnküche zum Wohnbereich offen. Helle Möbel. Ich freue mich schon drauf, wenn das Ding mal fertig ist hier. Ich meine, so lange dauert das ja auch nicht mehr. Sind wir mal ehrlich. Wenn wir jetzt hier die Wandgestaltung haben, wenn wir das Badezimmer fertig haben... Der Rest ist schnell eingerichtet. Ich hoffe aber, man kann wieder die Blumen an die Fenster stellen. So. Da haben wir jetzt alles, ne? Jo. Passt. Okay. Weg. Jetzt gucken wir mal Bodenfliesen. Hm. Bodenfliesen. Die haben wir jetzt an der Wand. Wir könnten die auf den Boden machen. Oder die. Ich würde fast sagen, wir nehmen diese Schachbrettfliesen. Warte mal, wir machen mal ganz kurz was. Boah. Erst mal ganz kurz die anderen gucken. Die mal. Nur mal testhalber. Ne. Ne, ne. Ne. Lass mich entschieden. Ich nehme die. Die. Die wirken nicht ganz so hell. Die anderen wirken so hell. Ja. Ja. Geschmäcker sind verschieden. Lässt sich drüber streiten. Ich weiß. Ich finde es gut. So. Dann wollen wir noch... Hier. Einen. Da einen. Warte mal. Können wir den noch mal ein bisschen hier... Badewannenanschluss. Dann habe ich gesagt, wir brauchen Anschlüsse. Zack. Wir brauchen einen... Badewannenanschluss. Mal ganz kurz gucken. Okay. 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 Ne. Machen wir die Badewanne mal hier. So. Dann brauchen wir eine Dusche. Die hätte ich jetzt aber gerne da in der Ecke. Wieso geht das nicht? Sag jetzt nicht... dass der Lichtschalter im Weg ist. So. Da kommt die Dusche. Dann möchte ich... Ähm... Eine Waschmaschine. Gut. Die steht mir dann aber... Bitte geht doch nicht. Da ist doch die Dusche. Steht mir dann aber so ein bisschen im Raum, ne? Machen wir die Waschmaschinenanschluss hier. Da sollte ich mit arbeiten können. Dann machen wir Waschbecken. Machen wir hier. Jetzt brauchen wir noch das Wichtigste. Das Klo. Und das machen wir... Da hin. So. Das sollte eigentlich passen. Jetzt kaufen wir mal die ganzen Sachen dafür. Weil... Ach nee. Wir brauchen hier noch den. Den Handtuchtrockner. Ich hätte jetzt gesagt... Da kommt die Waschmaschine hin. Warum hängen wir den nicht einfach... Über die Waschmaschine? Na da ist... Blöd. Oder? Über die Badewanne? Tropft das Wasser auf jeden Fall runter. Aber lange Handtücher hängen natürlich dann auch in der Badewanne, ne? Da hängen sie über dem Klo. Da hängen sie über... Ne, wir hängen sie auf. So. Da wollen wir das Ganze mal einrichten. Wir brauchen einmal so einen. Wir brauchen ein... Vernünftiges Klo. Äh, wieso ist so rum? Äh, wieso ist denn jetzt... Ey. Ernsthaft? Jetzt müssen wir den Kloanschluss nochmal ändern. So. Unglaublich. So, nochmal. Also, das ist Klo. Zack. Dann. Ein Waschbecken. Können wir... Beziehungsweise erstmal die Badewanne. Passe die da hin. Nö. Da fehlt es den falschen Dings gekauft. Hä? Wieso passt denn das... Der hat doch gerade angezeigt, dass seine Badewanne hingeht. Jetzt geht das nicht wegen diesen blöden... Was blockiert denn da? Achso. Ach, okay. Okay. Ja, ja. Entschuldigung. Mein Fehler. Entschuldigung. Der Dive Me Late. Da habe ich was vergessen aufzudrehen. So. Okay. Jetzt dürfte es aber passen. Jetzt nochmal das Ganze. Also, wir nehmen die Eckbadewanne. Wir nehmen die Dusche. Wir nehmen... Ja, welche Spülbecken nehmen wir? Das geht nicht in weiß. Nein. Geht das in weiß? Es ist weiß. Nehmen wir das. So, und jetzt brauchen wir noch die... Ähm... Ähm... Wasch... Was? Ähm... Hä? Gibt es keine Waschmaschine mehr? Was ist denn da los? Ähm... Na, hallo? Wo ist die Waschmaschine? Gibt es echt keine Waschmaschine mehr? Warte mal, ist das Ding anders? Waschmaschine. Wo ist meine Waschmaschine hin? Okay, wir haben ein Problem. Es gibt keine Waschmaschine mehr. Also, beziehungsweise sie ist weg. Ähm... Ja, ähm... Ich würde sagen, liebe Lüge, das war es für heute gewesen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Da wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal.